Ein sonniges Willkommen euch zur ersten richtigen Folge, nachdem wir jetzt die überraschende Entscheidung hatten, dass das Tutorial eine eigene Folge wird. Und jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Spiel an. Na dann, let's go! Do you think it'll affect my chances of winning the contest? But personally, I'd say you look like some twat who accidentally put his costume through the hot wash. Ja, also die Frage, die er gestellt hatte, war, ob, ja, er soll ehrlich sein, ob der Farbton so ganz stimmig ist. Also dieses, dieses, äh, dieser Captain America Verschnittsmoking sollte mit Sicherheit nicht oder vielleicht... If you're ready to head to the auditions, we should get going. Ja, unterbricht mich nicht. So, also, der Typ hat einfach mal seine Klamotten zu Farben gewaschen oder so. So, ähm, wir müssen jetzt, äh, wieso, zu den Auditions, ne? Lass uns mal so zu gehen, wa? Ich weiß natürlich, dass es nicht geht. Ich hab schon mal ein bisschen mehr gespielt, wie gesagt. Ich sag euch Bescheid, bis wohin ich etwa gespielt hab. Let's head off to the auditions, shall we? Have you got a map of the route to the theater? It's right here in my hand, isn't it? No. Oh. Then I've lost it. Oh. Well, you'll have to find it or get a new one, won't you? Das ist zu geil. Wieso ist jetzt... We're looking for an umbrella, a crown, a pair of gloves, a horseshoe, five birds, an artificial leg, the kickstand from a 1967 Harley Sportster. Hold up. What's wrong, Mel? We were just getting into the story when you stopped dead and started playing I Spy. What's going on? Isn't that how it works? Set the scene, little bit of dialogue, then stop dead and play an arbitrary hunt the object game? That makes no sense at all. There's no motivation, no reason behind the game at all. Sure there is. People would notice how painfully thin the plot was if we didn't distract them with random mini-games. Quick, let's take two photos of the bathroom and try to spot the differences. No, no, no. No hidden objects, no difference spotting, no sliding tiles, and absolutely no reassembling torn pieces of paper. I wish you'd said something sooner. So what'll we do instead? I mean, the game will be finished in 20 minutes if we take out all the random pointless puzzles. We'll just have to include more plot, more contextual puzzles, more jokes, and more character interaction. Well, we've wasted nearly two minutes complaining about hidden object games. There's not a single slice left, I'm afraid. You pig, I only had three slices. What can I say? We should never have ordered the pizza that had chicken nuggets and burgers instead of a crust. Personally, I'm convinced that someone at Pauli's Pizza Palace saw Logan's run one too many times and is trying to ensure that no one lives past the age of 30. Da liegt doch, also erstmal, da liegt doch ein Stück Pizza drauf, ne? Sliced. Warum, also er erzählt mir das, aber da liegt doch eins drauf. Egal. Aber sie hatten als Kruste, statt einer Kruste, Chicken Nuggets und Burger? Wie geht, ach egal. Egal. Lass wir's. Gut, äh, Echse mein. We had a pizza delivered last night. This is the box, it came in. We haven't thrown it out because we're convinced that the box is stuffed with cheese but haven't found it yet. Was? Ihr seid euch sicher, dass da noch Käse drin ist in der Box. Den habt ihr aber noch nicht gefunden, ist klar. Oh. Gut, dann nehmen wir uns die Zeitung. I don't really have a great interest in current affairs. I dread to think, what will happen when he finds out that Mr. Hooper died. Wer auch immer Mr. Hooper ist. Aber will er nicht ein Superheld oder sowas werden? Warum zu Kaya? Egal. Machen wir doch mal die Blinds auch. Also die Vorhänge. Let's let some sunshine in, shall we? Oh yeah. Much better. Tolle Aussicht, die haben die Jungs da. Okay, mal gucken. Vielleicht haben wir ja am Computer irgendwie die Chance uns was auszudrucken. Es ist Mel's PC. Er benutzt es für all kinds of clever stuff. Aber ich spiele nur die Spiele und benutze Facebook. Ihr Professor hat immer gesagt, dass du mehr interessiert in der Klasse soll. Professors immer sagen solche Dinge. Ja, aber in deinem Fall, sie waren richtig. Er hat immer noch in der... in der Sportshalle, als sie wieder gefext wurde. Aufgeschlagen. Gut, benutzen wir es mal. I could see if I have any replies from that dating website I signed up to, I suppose. Ain't technology amazing? Sure is. If I went speed dating, it would take me an entire evening to get the number of rejections I get on here in half an hour. Plus, if you went speed dating, you'd have to get dressed. Okay, also er bevorzugt Online-Dating gegenüber Speed-Dating, weil er beim Online-Dating noch schneller Abflugung kassieren kann. Das war super. Das ist doch klasse. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie uns vielleicht eine K-A-A-W-Karte raus... Nehmen wir mal das da. Nehmen wir mal. Hey, there's something written on this pizza napkin. It's probably another suicide note from the pizza delivery boy. That kid really needs to get laid. No, it's the address of the theater where our auditions are being held. They must have written it down while we were eating dinner. So where exactly is it? I have no idea. Great, the A-Train runs right past. I have no idea. Now that you've got the address, maybe you could get a map which shows us how to get there. Okay. Jetzt Taskedit. Ah, das können wir hier einsehen. Ja, wir haben jetzt... Wir wissen zwar jetzt, wo wir hin müssen, aber... Also wir haben zwar jetzt die Adresse, aber wir wissen nicht genau, wie wir dahin kommen. Gut. Aber habt ihr das mitkommen? Und er hatte ja den Verdacht, dass auf dem Napkin, warum auch immer auf dem Napkin, was draufsteht, das ist eine Todesdrohungsnote... Äh, 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 Not, ähm, Nachricht von dem Pizza Delivery Boy ist. Well, you had the address of the theater at one time. If you tried to remember what you were doing when you last added it, maybe that'll help. Hab ich doch schon mal gesagt. So. Jedenfalls... Meinte er dann, ja, ist vielleicht eine Selbstmorddrohung von dem Typen. Er muss unbedingt mal flachgelegt werden. Ja, also das ist sein, sein per se Rezept. Gut, dann gucken wir doch mal, können wir nicht... Genau, mit dem Napkin gehen wir mal auf den Computer. I can use the address on this napkin to create a map which shows us how to get to the auditions. Do you need a hand? I know you're not the most technical person. No, I think I'm okay. Hey, does Google know where I'm going? Or do I have to enter a destination? How could Google possibly know where you're going unless you tell it? Well, they have those maps that know where you are. What? Those big maps at the mall that say you are here. And I always am. Yeah, I'm definitely gonna do that map. Otherwise, we'll end up in Mount Pleasant instead of Broadway. Alter, ja, also er hat sich, er hat sich, äh, er wollte jetzt wissen, ob er bei Google eingeben muss, wo er hin will, oder ob Google das von alleine weiß. Daraufhin hat ihn halt sein Kumpel-Mail gefragt, sag mal, woher soll denn Google wissen, wo du hin willst? Und daraufhin meinte er halt wiederum, Kyle, naja, es gibt ja auch diese Karten, die immer wissen, wo du bist. Dafür fragt er ein Mail-Wage-Karten, wo du immer bist, der zum Beispiel im Einkaufszentrum. Da steht doch ne Karte, wo im Einkaufszentrum ich mich befinde. Und da steht immer, hier bist du. Und ich bin auch wirklich da. I know your goldfish brain has probably latched onto a new thought by now. Probably one involving chicken nuggets. But I did actually print out a map for you a little while ago. Leaving it on the desk is unlikely to prevent us getting lost. And I'm not that confident about keeping it in your pocket. Maybe I should hold onto it. No, no, ich packe es schon rein. Shall I take this? Yes, and try not to blow your nose in it or smother it in pizza sauce before we leave the apartment. Huh? Here's the map showing us how to get to the auditions. What's this mark here? I think it's the symbol for a hot dog vendor. No, it's ketchup. You haven't left my sight and you haven't eaten anything. I just don't know how you do it. Have you seen my invitation? You had to be invited. Oh, yeah. These are prestigious, exclusive auditions. Only the very best are invited. Wow. I guess your acting skills have impressed people more than I realized. Not really. I only got one because the stage manager ran me over in the parking lot last week. And I took an invitation in exchange for a legal waiver. How are the backspasms? Easing off. Yeah, also er sucht jetzt seine, äh, seine Einladung. Dafür fragte Mel, äh, man musste eingeladen werden. Ja, sie nehmen nur die besten. Wow, dann müssen deine, deine, ja, schaustellerischen Künste, schauspielerische Künste, die er wirklich überzeugt haben. Nein, nicht wirklich. Der Chef hat mich auf dem Parkplatz... I would remember if I'd seen an invitation around the apartment. I'll never go in your bedroom for more reasons than I could possibly name. So maybe it's in there somewhere. Äh, dass, dass er von dem, von dem, äh, Hauptmanager halt überfahren wurde auf dem Parkplatz. Und deshalb hat er ihm ein Angebot gemacht, halt statt ein Legal Waiver, also eine Anzeige, halt wegen Körperverletzung oder sowas. Halt, er könnte ihn in der Show auftreten lassen. Man hätte wahrscheinlich auch eine Menge Kohle. Man hätte wahrscheinlich auch eine Menge Kohle kriegen können. Aber hey, er hat halt lieber die Einladung genommen. Gut, dann haben wir jetzt den Tipp bekommen, wir sollen mal hier gucken. So, hier befinden wir uns jetzt in unserem Schlafzimmer. Ganz offensichtlich. Ach, der steht hinter ihm. Äh, Jus? Ich will nicht, dass ich jetzt in den Moment rausgekommen bin. Du denkst über den Tag, wo der Locke gebrochen wurde, nicht wahr? Ich habe über den Tag gebrochen, dass ich so ein Gerät habe. Gut, wenn ich für ein Use-Klicke auf so ein Gerät, dann erwarte ich nicht, dass er sich davon ausgeht, dass er sich da so versteckt würde. Und es ist rechtlich, dass er es geschafft hat, sich da drüber einzusperren. Also, Tag wird nicht funktionieren, dann probieren wir es mal mit der Komodo-Use. Also, da ist er eine goldene Ticket in hier. Es muss sein, die Invitation zu den AGS Auditions. Either that, or we're spending the afternoon at a chocolate factory. Oh, now the auditions are going to seem like second best. Mel, I found the invitation! Well done, mate. Do we have everything now? Hello? Lieutenant, how nice to... Hey, guys. Thanks for coming in. I'm so excited. No, we're going to the America's Got Superpowers Auditions, remember? We booked a day off and everything. You know you guys have plans today. The America's Got Superpowers Auditions. But... Well, I promise you this much is long. I just need to know that you've changed quite and then you can get off. I guess, if it's only an hour. Yeah, I'm trying. Tell me you didn't just give up our day off. It's only for an hour. You know I can't say no to Sam. That's strange. She says it to you all the time. What does she want? She said something personal had come up. She needs to take the rest of the day off. But that means she won't be able to transcribe those interviews. Oh, so I was right. You didn't give up our day off. You gave up my day off. I have to be there, too. I'm the only one who has the keys. Yes, of course. The keys. The ubiquitous symbol of authority. Because only the most responsible and trustworthy of men is allowed to use the photocopier. Yeah, okay. Also, wir müssen jetzt zur Arbeit anscheinend. Weil wir, äh, ja, nochmal einen Job bekommen haben. Also, dann, wenn ich mich nicht irre, werden wir dann jetzt uns erstmal umziehen müssen, oder? I don't want your thing. Ah ja. So, we're boarded. Mel, I don't think I can go through with this. Now that my costume is ruined, I've lost all my self-confidence. I don't believe I can win anymore. That's dopey. Really? You don't think the dye running and turning my patriotic costume purple has ruined my chances of winning? Of course not. You never had any. That's it. I'm going back to bed. Oh, don't be soft. We travelled all the way across town on the bus to get that costume. You can't give up without at least getting to the theatre and showing them your act. I didn't sit next to that homeless woman that smelled of vodka for you to just walk out without doing your bit. Okay, I'll do it. But only because you believe in me. Did I ever mention that I have total faith in your ability to mop the kitchen floor occasionally? Okay, jetzt kann ich Ihnen fragen wie mein Kostüm ruiniert wurde. I can't believe my Kostüm got ruined. How did I ever let this happen? As I recall, you were wearing it while eating pizza last night and then you had to put it in the washing machine to try to get rid of the Napolitana sauce. Oh yeah. It's all coming back to me now. I'm not surprised. You had 11 slices. Just remember to flush when you're done. Was? Ich will jetzt gar nicht so genau wissen, was er jetzt damit meinte. So, okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich... wir müssen jetzt eigentlich einfach mal die Wohnung verlassen und zur Arbeit gehen erst mal. und jetzt können wir wahrscheinlich die Karte benutzen, ne? Und wir müssen zum NYPD Pre-Sync. Und jetzt wissen wir, warum er mit seinem Hintern mehr verdeckt als Did you have to do that? Of course I did. Can't very well go into work dressed as a comic book superhero. It doesn't present a very professional attitude to work. I mean, did you have to get changed in a phone booth? What's wrong with that? A lot of superheroes get changed in phone booths. Yes, but most wait for the lady making a call to finish first. Er hat sich darin schon angefangen umzuziehen während da noch eine Dame drin war. Okay. Ja, das war dann die erste Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Ding. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, ob das mit dem Übersetzungen funktioniert. Ich würde ansonsten das ja einfach so spielen. There's no point putting it off. Ach, das geht mir auf den Keks, dass der mich dauernd verbringt. So. Ja, ob es Spaß macht oder nicht, werde ich ja dann sehen. Ob es sich Leute angucken oder nicht. Ich finde es halt ganz interessant. Es ist ein neuer Versuch, eine andere Art von Point-and-Click-Adventure. Ich habe noch ein paar andere im Petto, die ich gerne mal ausprobieren wollte. Aber ich dachte mal, ich fange mal mit dem an. Bis dann. Unterbreche ich mich nicht andauernd habe ich dir gesagt. Also, dann, ich wünsche euch alles Gute. Das war die erste richtige Folge. Und, ja, bis dann. Alles Gute. Tschüss.